Ebenfalls ein Dreischlag-Goldbombenrohr auf der Position 25, der Star-Trade-Goldschlag. Man sagt ja Star-Trade. Star-Trade heißt es. Der Goldschlag von Star-Trade. Die Nummer 26. Ebenfalls ein Mehrschlag-Bombenrohr. Die Megamein. Ich habe ja gesagt Mehrschlag. Also wer da mal einen kleinen dezenten Akzent Silvester in der Straße setzen will, der ist damit sicherlich gut beraten. Die Megamein.